Musik Bei Hümer hat jedes Fahrzeug seine Geschichte. Bis zum perfekten Produkt ist es ein langer Weg, bei dem jeder Handgriff perfekt abgestimmt ist. Wir montieren Baugruppen, verrichten Arbeiten am Chassis und Verkleidung und sorgen für die optimale Installation von Elektrik- und Sanitäranlagen. So gelangt bei der Möbelmontage jedes Fahrzeugteil an den dafür vorgesehenen Platz und Stück um Stück entsteht das fertige Fahrzeug. Das gelingt nur, weil sich dabei jeder voll auf den anderen verlassen kann. Wir arbeiten Hand in Hand und erschaffen dabei in einem tollen Arbeitsklima gemeinsam ein einzigartiges Produkt. Die Arbeit bei Hümer ist vielseitig und abwechslungsreich. Täglich profitiere ich vom Know-how meiner Kollegen und gebe mein Wissen weiter. Bei Manpower erwarten mich geregelte Arbeitszeiten, fairer Lohn und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Meine Ansprechpartner stärken mir den Rücken und sind für mich da. Deswegen verbringe ich hier jeden Tag gerne. Am Ende weiß ich, was ich geschaffen habe. Das Ergebnis ist dabei jedes Mal aufs Neue etwas Besonderes. Musik 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 Musik